Willkommen beim fetten Loser im Exil. Hier sitze ich nun, denke über mein verfuschtes Leben nach und erinnere mich gemeinsam mit euch an bessere Zeiten. Dabei stelle ich mir immer wieder Fragen wie, war diese Serie wirklich so gut oder dieser Film wirklich so schlecht? Und was ist mit all diesen coolen Dingen passiert, mit denen wir aufgewachsen sind? Wenn ihr also auch kleine Retro-Nerds seid, dann schaut doch mal rein. Ich bin sicher, ihr werdet hier einiges wieder entdecken, das ihr schon längst vergessen hattet.